WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schicht auf, Vernuste. So, und jetzt kriegen Sie noch die richtigen Anweisungen von der Fotografin. Ja, was gibt es für eine schönere Kulisse? Oh, jetzt wird es nass. Jetzt wird es nass. Ja, mit dem Gegenlicht, mal sehen, ob das funktioniert. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter rein. Oh, das mit den Wellen, das sieht bestimmt gut aus. Auch wenn es das in Zeitlupe gibt. Ja, wann hat man schon mal so ein Motiv? Ja, wie sieht das in Zeitlupe? Ich bin nicht so ein Motiv. 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 So, ein Tag, nicht wie jeder andere, nein. So, heute am Strand gesehen, ja, ich habe gefragt, um Erlaubnis gebeten, ob ich aufnehmen darf. Kein Problem und da soll noch jemand sagen, mir ist nichts los am Strand. Ich zeige es euch in einem extra Video. Ich zeige es euch in einem extra Video. Ja, einfach schön, auch mit den Wellen jetzt gerade, der Moment fast. Ja, einfach schön, auch mit den Wellen jetzt. Ja, und der Brötigam, der geht jetzt gleich wieder. Der sagt sich, jetzt ist es eh schon nass. Finde ich schön, finde ich mutig, finde ich gut.